herzlich willkommen zu meinem neuen video hier wieder aus dem schreibtisch des hauses ja mein lieblings arbeitsplatz stimmt nicht ich mag hier nicht zu sitzen nicht so wirklich manchmal muss ich aber die betonung ist auch muss ich manchmal auf der coach zum video die 80 habt ihr schon gesehen ja letzte woche donnerstag heute werden wir präsentieren den mercedes w124 und am dienstag kommt das video mit dem bmw 420 ja alles breitbauten alles hardcore version loslegen jetzt machen wir ein bisschen schlauer weil bei dem audi 80 video haben sich auch viele beschwert warum filmt ihr vom bildschirm wenn man das quasi rein schneiden kann ja das ist manchmal machen wir auch kleine fehler deswegen machen wir es ein bisschen anders wir schneiden einfach das video gleich rein wir gucken uns das alles an und später ein video ich wollte mich noch bedanken weil wir haben 45.200 abonnenten das macht mich oder uns sehr sehr stolz in so kurzer zeit haben wir 45.200 abonnenten und das ist mehr als wir uns jemals gedacht haben oder ausgemalt haben und die likes die wir haben die lassen sich aussehen weil nämlich zum beispiel bei dem audi 80 video haben wir aktuell 30.000 aufrufe bei dem aufrufe vielleicht aber das gucken ganz kurz 1033 kommentare und 2023 daumen hoch wirklich vielen lieben dank das macht uns stolz und zeigt uns dass wir in diese richtige richtung eingeschlagen haben und so machen wir auch weiter aber zurück zum projekt e klasse w124 kommt jetzt ja wo fangen wir dann an wo fangen wir dann an mercedes w124 achtung achtung bitte festhalten bitte festhalten halt mich fest ich glaube bei dem auto müsste mich so ein bisschen auch festbinden an einem stuhl dass ich nicht ausflippe achtung das ist krass stell dir vor dem belzeig wird durch komplett von wieso nur apparat so da geht es schon weiter kommst näher ja du nicht nur mit der kamera das kann man hier ob wir so eine verbreiterung machen oder so ein riesen seitenteil zum beispiel das macht schon sehr viel aus ja aber wir sehen das vielleicht gleich von einem anderen winkel und das sieht ein bisschen besser aus glaube ich kann besser also nicht besser aus sondern kann besser sehen ja so da gehen wir direkt zum heck über achtung bitte nicht erschrecken achtung ich weiß bekloppt du bist doch nicht noch mal was gleich gleiches auto nur mit ein bisschen design von uns bis geht es gut was passiert passen zu dem frontcode flügel na ja auch wie die so rund machen ja oder kann ich so machen ist du besser ich kann das ich kann kommen zu dir so oder so oder so was ich wieder sehr 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 hardcore die version ja also das ist so meins ausbinden mitte aus links aus rechts kann man immer noch ein bisschen gucken ja kommt darauf an für welches projekt wir uns entscheiden dann machen wir die endgültige version sowieso feinheiten kleinigkeiten auf links oder rechts beide seiten und so weiter und so weiter das schauen wir noch das sind die ersten entwürfe für die auto die wir zeigen damit wir wissen was wir überhaupt bauen sollen ja also das finde ich schon hardcore sexy der ding wirklich so bis hier bis hier oli verschüttert nicht weil er ist ollie ist 21 19 ist der gleiche 21 19 deswegen der kann hat keine verbindung zu solchen autos aber ich bin das geld ja klar alles von allen drei werden wir natürlich schon gesehen bin ich jetzt muss ich mal ganz kurz zurückgehen damit ich habe ein bisschen ein bisschen falsche sortiert ja und zwar jetzt achtung bist du bereit für schock ja also leute das ist so mein geschmack ja einfach nur fett breit das ist so weit geschmack so geht auch da hat die mindern gefunden so das war die eigentlich bin ich auf den trichter gekommen denn 120er zu bauen weil ich habe das bilder eigentlich im hinteren gesehen ja guck mal dann habe ich jetzt okay gut aus als basis bei bei uns ist alles nur basis ach so kann man sehen die seiten teile das sind glatte seitenteile ist ohne den luftanlass von hinten ja vielleicht könnt ihr das vielleicht ich spreche schon diesen schwabe vielleicht könnt ihr das auch in den kommentaren schreiben welche version euch am besten gefällt die haben hier so luftanlass und streben der ist zum beispiel ganz glatt aber sehr groß die verbreitung geht von hier bis hier hinten durch ja da sieht man auch hier kann man sehen das geht wirklich bis bis hier oben durch ja und wir haben noch die andere version ja warten da die quasi so luftanlass hat und da sind so streben das kann man gleich aber sehr gut auf dem video erkennen also einmal so auch hier von hinten hinter der verbreitung von vorne so oder so auch vorne verändern die sich achtung so das ist ein sehr schönes bild das sehr 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 schön findet achtung bad aber wir mama mia ich glaube ich glaube die 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 schaust bei mercedes die mögen mich nicht wenn ich das so ausbringe ich glaube die sagen naja wenn sie macht die auskommt das habe ich noch nie eigentlich bei bezahlt ist wir haben so viele mercedes modelle umgebaut und so viele leute haben auch wegen uns mit einem auto gekauft eigentlich kleiner lob von mercedes wenn ich schlechte eigentlich so jungs coole arbeit oder so hätte ich mich gefreut die mögen das bestimmt gar nicht so oder so so oder so ich glaube dieses jahr auf dem motto in essen falls die stadt findet wenn wir ein paar hardcore umbauten zeigen ja dieses jahr vielleicht nicht so die ganzen neuen autos vielleicht doch noch mal 11 etwas neues wir haben was im hinterkopf mit dem robert geist und auch vielleicht bald ich glaube das wäre eine gute idee ich muss noch was gerne rufen da soll mir auf der motor show in essen super platz anbieten falls die veranstaltung stattfindet wenn nicht ist das eine katastrophe für die ganze tuningbranche in europa das ist ja die wichtigste messer hier weiter geht's achtung so oder so oder so ich bin so schön so ich zeige gleich ein video wie das aussieht das passt natürlich auch zum fordern meine ist natürlich so riesen gut klotz ja ich war selber nicht wir haben mir gefällt alles mal so oder so war mir wenn ich hier durch komplett soll wie so ein gerät fahrer dann ist polen offen wie schön wie das grafisch darstellen können und da hat zum beispiel die runden radläufer na ja hast du gesehen was ich mal das sind die runden radläufer ist etwas dezenter nicht so hartke version wie wie die eckigen die großen ja das ist gut das sind ja bestimmt 20 zentimeter verbreitung pro seite achtung das pro seite hier erwartet geht weiter sie läuft einmal weg mit der kamera aus der sexy außerdem und der hat die eckigen ja also kurz von hinten gleich kommt man ja jetzt mal schlecht hier vorne ja krass hier also ich glaube das ist ich weiß es selber nicht also mir gefallen alle fahrzeuge gleich die kosten um die 10.000 euro in super zustand super nicht im guten zustand ich meine 24 ww 124 mercedes und den audi 80 auch wenn dann gucken wir dass wir eine gute basis finden dass wir nicht viel an der technik machen müssen oder was ich an der corosserie das ist schon komplett durchgenudelt ist ich bin selber gespannt auf welches auto wir uns einigen ja so wie es aussieht wenn wir alle projekte durchziehen ich glaube dass es wird die frage sein welches zuerst kommen wir zeigen ein bisschen näher hier ja schon mal die die verbreitung kann man sehen auf dem video ich bleibe und geht hier 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 so schön um die stoße an quasi herum da kommt es doch abwings gab es ist natürlich ja viele haben sich hier schon bei dem audi 80 ja nicht beschwert aber die haben gesagt die cup sind nix aber von vorne was kommt vielleicht ein video sehen mal von vorne macht das auto ja viel 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 breiter ja wenn wir die weglassen dann haben wir so eine riesen wand von der verbreiterung und von der stoßstange natürlich dann nicht mehr so schön finde ich ja persönlich also das wirklich alles der geschmackssache und warte kommt das von vorne wie alles breit wirkt wenn wir das weglassen weiß ich nicht an türen machen wir nichts im prinzip weil viele auch bei dem audi gesagt haben macht doch irgendwie eine verbreitung auch auf tür und so weiter dann würde das auto wissen lkw zu klobig wirken ja schon mal kannst du größer also wie gesagt am liebsten würde ich alle autos bauen die wir euch hier zeigen und präsentieren aber leider ist hatte auch von finanziellen herrn nicht so immer leicht und nicht immer möglich natürlich muss das irgendeiner bezahlen ja am ende da sind wir und ich sag mal so jetzt denn audi den mercedes und bmw durchzuziehen dieses jahr wo wir sehr sehr viele umsatzeinbüse haben wegen corona durchzuziehen ist natürlich eine hardcore nummer also das ist finanziell ich hoffe dass sich bald das alles bessert ja aber zurzeit ist das finanziell natürlich nicht machbar weil die werkzeuge wenn wir hier die die werkzeuge fräsen weil es mit haube frontschuhstange frontspoiler cup wings das sind so viele kleinteile riesige teile hier für links hier für die frontkaufsflüge mit dem streben seien schweller heckverbreitung kann das ja monster teil wenn man das fräst also das ist man wirklich so 100.000 aufwärts da macht man sich keine gedanken was sowas kostet man denkt immer okay und dann sagt man preis ok 56 7000 ist aber teuer ja die frage ist immer die verkaufspreise da muss man die mehrwertsteuer abziehen das sind knapp 20 prozent dann die produktion in deutschland die stattfindet ja und da hat man quasi differenz zwischen verkauf quasi dass er kein gewinn da kommt noch quasi diese ganzen videos wir machen 3d animation fotos ich meine man sitzt wirklich bestimmt zehn tage locker an so einem projekt ja und ich hoffe euch hat das video gefallen schreibt uns kommentare für welches auto wir uns entscheiden sollen welche auch die bau sollen die mercedes oder den bmw der am dienstag kommt ja da kommt noch ein video von dem mercedes von dem bw 24 sieht auch gut aus muss man sagen und ja ich bin gespannt was und wie wir bauen werden ja auf dem audi 80 haben wir so viel positive resonanz bekommen dass wir das so oder so glaube ich dieses jahr für die ersten am motorshow bauen werden ich glaube schon ich habe mir so ein bisschen im auto verliebt ja wenn ich elisa soll gut ich habe ja auch dem mercedes verliebt und in der bmw ich glaube ich verliebe mich in jedem auto was wir bauen ja das war es hier aus komplett fort vielen dank fürs zuschauen bis dahin ja 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 ja